Einen Jäger? Nein. Ich habe einen Loch dabei. Du solltest seine Kollegen kennenlernen, vielleicht färbt dann ja etwas von ihrer Verrücktheit auf dich ab. HA! Ein gesunder Wahnsinn, ne? Ja, ja, ja. Das ist so wie das Jogger-Gas. Muss ich jetzt immer sowas vorlesen? Ne, weiß ich ja nicht. Ich schäbe das nicht. Ist ja viel, ne? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ah, der Vieh war so klein, ne? Komm, komm, ne? So eine renommierte Vieh, jetzt muss ich da alles vorlesen. Ja. Keines für den Grafsprenger. Das wird dann nachher aufgenommen, ne, von seinen, ne? Und dann wird das so verwendet. Eingespart, ne? Die Küpferin, die hat was für mich. Wo ist denn die überhaupt? Das steht da. Ah, jetzt bist du ja wieder nicht in meiner Ding, ne? Gut, dich zu sehen. Ah, ich musste mal alles annehmen. Der kluger Biologe bin gerade da. Die Tür steht da, und sie steht da hinterhalb. Wenn sie gerade hinterher schaut. Der kluge, kluge Biologe, was sagt denn er? Ach, Jäger? Nein. Ehrlich zu sein, ja, ja, ja. Alles langfristige Forschung wäre es besser. Oder... Ja, was will er denn jetzt? Eine Belohnung und Regeln kommt in der Tür. Aha, wir sollen irgendwas lebendig fangen. Also genau, übrigens, dass ihr ein Netz oder eine Falle kriegt. Ja. Ich nicht. Ja, wie ein Inventar irgendwo. Ich brauch das nicht. Bei mir gibt es nix lebendiges. Mhm. Nur rotes Fleisch ist gutes Fleisch, ne? Ah, ja, ja. Damit ich... Was will ich denn da essen, weil ich die lebendig fange? Küperin, gell? Muss ich rein. Ja, ich glaub. Ja. Die leuchtet da so rot, ne? Ja, ja. Ja, dann. Gib her was. Oh, du bist so nett zu mir. Ich bin's der Fünfer. Warum sagt immer Fünfer? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Zuglick hab ja keinen Namen. Ja. Am Anfangs willst du einen Namen für einen Charakter aussuchen und jeder sagt der Fünfer, Alter. Ja. Wie von dir ein bisschen ein Fünfer. Stimmt das? Du wirst uns helfen, das Lager wieder aufzubauen? Ja. Das sind ja tolle Nachrichten. Ja, ganz tolle. Du kannst das nicht selber sagen. Ja. Ich hoffe, du bist so gut wie dein Ruf. Wenn ja, haben wir viel für dich zu tun. Bim, bim. Nein, bitte nicht. Juhu. Ich komm an der Straßenbahn. Schließlich wird in der Kommission vieles studiert. Und nicht Brachenälteste mit dem du hergekommen bist. Also hab ich mich gebracht oder was? Ja, super. Jetzt bist du schuld, ne? Ich bin also Schneider. Ja. Es gibt schon genug zu tun, um die Basis in Stand zu halten und zu verbessern. Ohne ein Hauptquartier kann man nichts studieren. Wunderschön. Oh, 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 super zentral. Ich muss das st... Das ist so lehend gewesen, Alter. Was ist es mit Ihre... Zurück im Geschäft? Das ist ja lehend gewesen. Zurück zum Geschäft. Deine Aufgabe ist es, ein Lager aufzubauen. Ich hab jetzt Zimmer. Ich brauch ein Lager. Ja, ich hab eine Expedition in den Ur-Alten Wald. Finde einen passenden Lager für das es sicher ist. Wenn Monster beschlossen haben, es sich an deinem Ort gemütlich zu machen, musst du sie davonjagen. Vernichten. Vernichten. Ja, zerstören. Ausrotten. Warum? Ja. Eine ganze Spezies-Unbruch, ein schissendes Lager. Die haben Giftgas eigentlich. Verstanden? Ja. Der Beutezug ist zum Etablieren des Lagers. Hast du gehört? Ja. Also rot alles aus. Hm. 200 Punkte kriegen wir dafür. Und dann Gutschein. Und dann Gutschein. Hm. Kann man Gutschein spülen, wirst du nicht? Tutorify. Ja. Hahaha. Hahaha. Na, nicht so wieder. Ressourcen-Things. Oh. Ressourcen für heute. Beutezüge. Kann man da eine Skills machen, oder? Weiß mal. Untersuchen. Hey, Alter. Was ist denn da los? Da kann man ja... Beutezüge. Ich keine Ahnung, Alter. Ich lese das durch, aber ich verstehe es nicht. Nein. Kritische Beutezüge. Jesus Herr. Befristete Beutezüge. Ja, beenden. Registrieren. Feldforschung. Okay. Börderplätze. Große Monster erjagen. Okay, das ist in rot. Feldforschung. Honig. Eine Rüstungskugel kriegt man dafür. Okay. Befristet kritisch. Lager im Wald, äh, Dings aufbauen, ne? Das müssen wir dann machen. Dazu oder wie. Äh, was? Eine befristete Beutezüge. Okay. Starten wir diese Extremierung. Findet das Lager im uralten Wald. Wir treffen uns Atom. Okay. Das ist wahrscheinlich wieder ein Quest-Dings da, ne? Bekannt machen. Findet das Lager... Lager im uralten Wald. Das ist kritisch. Ich weiß nicht, Stufe 1, Stufe 2? Warum ist das kritisch? Ich weiß nicht. Wir sind Bros. Ja, wir brauchen es kritisch. Ich kann es ja nicht ausführen. Du kannst dich auf eine Expedition begeben, indem du einfach durch das Tor gehst. Außer zurückgehen... Äh, Expedition? Kann man jetzt aus dem Tor raus? Kann man jetzt rausgehen? Ja. Muss zum Tor gehen. Aber... Okay. Ja, probieren wir. Okay, im uralten Wald, am Dings. Ja, er geht schon wieder down, oder? Ah, ich gehe da aus. Für diese Expedition müssen wir zum uralten Wald gehen. Je tiefer wir in die neue Welt vordringen, desto mehr Expeditionen können wir starten. Eine gute Motivation, oder? Töre! Na? Gebietskarte... Gebietskrankenkasse... Okay. Uralter Wald... Monster? Jetzt bitte! Äh, weiß ich nicht. Uralter Wald! Muss ich da jetzt dann einfach... Südwestliches Lager? Ich bin jetzt da reingegangen. Ich muss die Expedition aufbrechen, ja. Ja. Ah, jetzt fliege ich da mit dem komischen Vogel. Hm. Ein Saurier. Juhuuu. Ich bin jetzt da, jetzt da. Aber... Ich bin ja da... Aber... Jetzt müssen wir schon wieder Tutorial. Wir haben kein Zeitlimit. Lohnung... Aha. Scheiße, okay. Kann man da nicht... Lassen? Lass uns nach dem Lager suchen. Ja. Muss ich das jetzt dann anrufen, oder wie? Falls ich das Lager zuerst erreiche, oder du die Orientierung verlierst... Öffne die Karte, oder nutze die Spähkäfer, um mich zu finden. Spähkäfer. Wenn du die Basis verlässt, ohne dich zu einer Quest gemeldet zu haben, begibst du dich auf eine Expedition. Du kannst so oft anlechtig werden, wie du willst. Benutze das, um nach Lust und Laune zu erkunden. Und zurückziehen? Äh... Quest-Shutter... Okay. Nichts kann uns aufhalten! Soho sagt's. Ja. Aber ich kann da nichts nicht bekannt geben. Äh... Ja. Können wir da nicht zusammen suchen? Ja. Ich weiß ja nicht. Wo ist denn die Kisten da? Ah, da. Vorrats-Truhe, ne? Du musst ja meinen schon. Der ist aber leer. Das ist aber schwer... Sch... Fest-Schalter. Ja. Geht der Ruhe ja gar nichts. Und jetzt? Laffe ziehen, hocken... Ich geb dich zum neuen Lager. Ja, vielleicht müssen wir das jetzt Alarm machen oder so. Ist ja auch gemein. Wo sind die Stinkkäfer hin? Äh... Da ist was... Mitnehmen, mitnehmen. Okay. Ja, was sie hat. Zum Beispiel... Ja, ist aber ausgeraut, ne? Bei mir. Wie immer sagt er vor... Hier drüben! Hast du einen Grillspieß dabei, ne? Mhm. Grille einfach rohes Fleisch, bis dann wird deine ausgeteilt. Da ist irgend so ein kleiner Hobbit. Im Mehrspielermodus kannst du mit einem Team aus bis zu 4 Spielen als 16 in der Online-Sitzung anwesend spielen zu Quest und Expeditionen lassen. Ihr müsst ja gehen. Mhm. Expeditionen gehen auch. Ja. Ja, muss man da jetzt zurücktreten, oder wie? Ja, muss man da jetzt zurücktreten, oder wie? Oder wie? Kannst du beitreten, obwohl sich bei der Expeditionen werden im Spielverlauf freigeschaltet. Der Mehrspielmus ist für Expeditionen mit Bezug zur Geschichte nicht verfügbar. Ach so. Wahrscheinlich, weil das zur Geschichte gehört. Das ist toll. Das ist toll. Mhm. 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 Fußspielen. Bestimmt die Größe der Gruppe. Die ist auch größer. Wenn du allein spielen willst... Gekritzlein. Gekritzlein. Das haben wir eh schon. Da haben wir fliegbare Quest. Ja. Einzigartige Pilzkolonie. Die laufen die Aumeisen zum Dingstum. Ok. Kraut. So. Da mag ich jetzt nicht runterspringen. Mach eine neue Quest, die kann derzeit nicht mehr ich von Expedition zurückkehren. Ok. Dann ist das jetzt nicht, das gehört zur Story. Ja. Dann muss ich da jetzt allein herumlassen. Jo. So ein Schiet. Und zurück. Und zurück. Ich will die dort ein... So. Grauen. Da ist dann die Leuchtkäfer. Mhm. Da ist ja leider der Questdinger, ne? Ja, ja. Knochenhaufen. Sehr gut. Da schwimmen irgendwelche Viecher drinnen im Wasser. Mal schauen. Das ist okay. Nein, 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 nein. Geh weg. Komm her, Mikisch. Da. Da haben wir ein bisschen Fleischhase da. So. Da fischen. Rohes Fleisch. Kommen wir zum Maximum. Na komm her. Du stirb wieder Freund. Oh, hey. Die Killer Maschine da. Oh, hey. Da kommt die aus dem Wasser raus. Jetzt bist du gestrandet, du Paschbottel. Da hinten ist sie, alter Wesen, er? Ah, blätter Fisch. Na ja, Fischen, das ist was Aufregendes. Ja, einen Angel habe ich gefunden, ne? Siehst du das ganz schön aus, ne? Gajau! 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 Da hinten ist sie, alter Wesen, er? Aha. Ja, der kann uns helfen, bei der Forschung, dort, ja? Hm? Das Katzerl da, das gar nicht, was das ist. Lammkröte! Awe! 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 Der hat mir Elektroschock gegeben, die Lammkröte. Ah, Limmkröte. Ah, ja. Awe! Die Gier ist ein Schwein. Ah! So, geht's schon wieder. Ja, wo muss ihn hin jetzt sein? Das ist ja... Da war's. Okay. Fußspuren? Ja, was will er jetzt für ihn da erledigen? Der will, dass ich irgendwas... Hörter Platz. Okay, ich bin schon wieder essen jetzt. Sehr gut. Spinnennetz. Okay. Alte Fußspuren. Aha. Hm. Wo, wo... Wo muss ihn hin? Auf der Karte kannst du ein Zielort für die Spähkäfer festlegen. Ja, Spähkäfer. Grimalk... Grimalkinen. Grimalk... Grimalk... Spuren... Dings da? Grimalk Spuren? Ja, jetzt geht der Schnüffel und der Kleine. Ja. Feuernust... Nutz halt nicht. Mhm. Was macht er denn? Uhup! Grat auf alle vier herum. Oh la... So, auch Meise. Der B-Meise. Ja, was ist mit dir? Kannst du Meisgesch? Er rie... Er riecht was? Nein, er kratzt die ganze Zeit bei mir. Bei dir? Nein, er hat gemeint, er riecht irgendeine. Okay. Ich hab mich jetzt in so eine komische Hölle reinges... Ja, ich bin jetzt da bei... Nummer 10 drinnen, bei der Karte. Köderkäfer. Wo? Äh... Okay. Ohhhh... Äh... Fusspuren. Hast du was gefunden schon? Ich hab nur irgendeine Fieger umbracht. Was hat er denn da jetzt gefunden? Ja... 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 Gegritzel. Ja... Blitzkäfer. Knochenhaufen. Blitzkapsel. Ne... Ich kann mir nichts mehr aus, was ich da sammle. Ne... Ich hab keine... Was für Knochenhaufen. So... Irgendwie geht's mir nicht gut. Achso... Er trinkt da... Okay. So... Karte schauen. Was... Was brauch ich denn? Hm... Sammeln... Schleuder... Fallen... Umgebung... Einheimisches Leben... Kleine... Kleine Monster... Ja... Können wir da nochmal zukaufen? Ja... Wie geht's mit den Stinkkäfer schnell einsetzen? Haha... Du fragst es mir? Ja... Hahaha... Wie geb dich zum neuen Lager... Wo ist das neue Lager? Wir sind nochmal anzeichnet... Ist das oben oder unten? Weil es sind ja drei Etagen, ne? Art 2... 3 Ebenen... Einzigarte Pilzkolonie... Gourmet-Pilzhund... Kleine Symbol... Ah ja... schau... Da ist was... Ein Führer des Feldteams... Großes Gekritzl... Hm... Das hab ich ja schon gehabt... So dumm... Okay... Ein Schirm... Ein Katz... Ein Katzl... Bratzl... Gekritzl... Das sind ja Katzenenspuren... Hm... Das ist so eine dicke Katz... So eine riesige... Trägermeisen... Was fragt... Höterplatz... Hier drüben! Ja... Hier drüben... Er schreit schon... Hier drüben... Ha 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 ha... Ah... Hört schon los... Hier... 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 Ich stehe da... Ich stehe da drüben... Ein Meter von ihm weg... Hier... 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 Ach... Den soll ich übersehen? Oder bin ich... Oh... Das ist ja... Geh weg von mir... Irgendwer muss ich feiten... Ja... Ich muss gegen... Sein T-Rex feiten... Hier... Ja... Leck mich doch... Am Ohr... Ich bin... Am Ohr... Der T-Rex... Guck mal... Da... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ah... Du... Bär... Ah... Ich bin... Hier drüben... Ich weiß nicht wo... Ich bin... Da... 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 Ah... 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 Ich bin... Ich bin... Ah... Ah... Ich bin... Ah... Kann ich jetzt... Beitreten oder so... Ich will... Schau mal... Die Pflanzen... Die heilt mich... Jetzt verstehe... Hä? Ich... Quatsch... Um die Orte... Was tut der da... Fischen... Dann ist es wurscht... Dass der T-Rex... Mh... Du wirst... Keinen... Besseren Angler finden... Spitzer... Ah... Ich hab grad... Andere... Probleme... Als... Aber... Er schreit... Hallo... Ja... Na... Wie hacksjäger... Ha... Echt... Du... Mechang Bokel... Richtig... Wenn man die Pferde liest... Ne... Wird jetzt... Angus gesteigert... Oder so... Das Kill... Oder so... Keine... Hm... Wenn man den Honig mit... Hm... Fußspuren... Ey, 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 da hab ich mich da zum Fischen. Maximal, da hab ich schon alles eingesammelt. Geht. So, was haben wir da? Anniad Fußspuren. Ich weiß nicht, was ich da immer alles zusammen suche, aber... Schleifspuren, Fußspuren. Alte Fußspuren. Hier drüben, ja. Ich geh wieder sterben. Hier drüben. Ach, da drüben rennt er jetzt, seh ich das. Auf der Karte. Jetzt kommt er von hinten, Alter, ist er teuer. Das ist ja interessant. Wir sollten allen in der Ressourcenzentrale davon berichten, wenn wir zurücksetzen. Hat er mich jetzt gesehen, oder was, weil er sich so aufblast? Ne, muss er nicht. Ah, ich darf was anders losgehen. Ah, geht er gleich durch, bam, durch was. Oh, wie muss ich? Ja, dann jump hier durch hab ich. Okay. Ah, da ist was zum Fördererz. Das ist immer gut. Ich glaub, ich werd da... ...wählen, glaub ich, bei der Quest. Da sind's. Hoppala. Ja. Ja, was laufen da überhaupt noch? Keine Ahnung. Ein Fisch ist da markiert. Das geht da auch nicht noch. Was ist denn da raus jetzt überhaupt? Oh! Ich hol' gar einfach die Stinkkäfer da. Okay. Juhuuu! Was ist denn jetzt? Also jetzt muss ich ihre Anke hoch. Okay. Und jetzt? Jetzt. Was ist jetzt? Hallo? Ah, Liane! Haha, geil! Hast du drüber schwingen können? Ah, da... Da ist... ...ja... 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 ...und ich ne. Jooppala. Lemkröte... 100 Witz. Wo ist ern? Ich glaub, beim Kopf oder so ist er ja empfindlich. Aber ich kann ihm nicht auf dem Schädel handeln. Wenn wir Spaancheníreal otherwise'n erwischen. Juuuuhuuu Ja Lauf der jetzt weg? Ja, ich vermisse Lauf! Lauf! Du muss ich Ich glaub's nicht Oder sag wie's geht Ich muss ihn wieder finden Einmal wieder Ja, siehst du auf der Karte normalerweise herumrängeln Das ist das große Teil Ja Ja Aber ich weiß ja was er jetzt tut Oh, wie fühlt er halt? Ja, wohin? Ist der nach oben geklettert? Der vierte Fisch ist oben? Das kann ja nicht sein Du, so unabwägig ist das nicht Ja, das ist ja wieder da Hä? Der müsste da sein, aber ich seh ihn nicht Da ist Was ist da los? Wo ist denn die Karte? Oh, Alter! Jetzt kommt der Komm wieder Hä? Was ist das? Der wir was zwar schon gemacht haben Der ist wieder da Hm Ich weiß ja nicht Wieso, wie funktioniert das jetzt aber damals Nochmal den Typen anlavern da Steht Jetzt läuft er weg Ich check das nicht, dass die Vieh immer gleich wegrennen, Alter Ich seh ihn nicht mehr auf der Karte Ich seh ihn nicht mehr auf der Karte Ich seh ihn nicht mehr auf der Karte Jetzt ist er eine weglaufen, jetzt ist er wieder da, Alter, ich komm Tja, furchtbar ist Tja, furchtbar ist Ja, was schreist du so? Sammeln Gläuter Oh, ich bin oben noch gefallen Achso Schön Ja, der trifft mich zweimal und die Geschichte ist vorbei Das ist ja Das ist schon ein bisschen Blumenbett Gut, gut Gute Schlafen Nein, wirklich Stufe erhöht Bussbund Blumenbett Blumenbett Ich bin grad beim Blumenbett Sonnenblüte Leuchtblüte Danke So, was ist das drin? Nix Ich hab nur mal sieben Tränke Die bis sechs Laft Ich weiß nicht einmal, wo ich dich herkriege Ich glaub die muss kaufen oder selber herstellen Oder Trank zwei Habe ich jetzt Achso, das kannst du irgendwie herstellen mit den Pflanzern Glaub ich, da zeigt man da grad was auch Nein, ich hab zwei dazukrieg Ich hab so Pflanzen geholt Jetzt hab ich einen eintränke Die hat da so geleuchtet Was sind die Viecher Die kann ich noch Wenn du schlau bist, kannst du mit der Schleuder Monster ablenken Was ist da alles los? Kann man uns da abschlecken? Ich weiß nicht, wo sieht die jetzt denn um Aber der ist schon ein bisschen oben hier Ja Ich weiß nicht, wo Wo laft denn da herum jetzt überhaupt? Ich sieh dann nicht mehr Den dicken Wenn du die Karten groß machst, siehst du ihn einmal Hier drüben Okay Ja, ich seh schon Oh Gott, Scheiße Ich will nicht Ich war vor allem... Es ist ja zweit einer da So ein So ein So ein E-Dexchen schon wieder Was wir vorher gemacht haben Ah jeje Der Jagrass oder was Der rennt bei mir herum Der klettert da durch rauf Unser See liegt in dieser Da haben wir schon wieder alte Fußspuren Da ist wieder der Fischer Was ist denn da hinten jetzt? Da drüben wird er wieder spazieren Da komm ich nicht rauf eh Was ist mit ihm? Knochenhaufen Den muss ich mitnehmen Hilft nichts Feuernuss Das ist ja der Schweindler Hier drüben Hier war drüben Wo ist er an der Dicke? Da oben ist glaube ich wieder ein Loch oder so Hast du das erzählt? Ich weiß nicht, was ist denn da los? Ich höre mich nichts aus, Alter Die Suche ist schon mal hardcore eigentlich Ja vor allem Ich check nicht Jetzt muss ich dazu jetzt den Dinosaurier Oder was erledigen Oder? Ich mein Kann man das nicht zu zweit machen? Naja Lass ich den Dinosaurier machen Und stell mich nebenhin Weißt? Lass uns jetzt die Viecher machen So schon zu Hause Ja Ja Das wäre auch klasse Aber die tun sich nichts Ja Jetzt habe ich den Dicken markiert Da schläft er Groß ja Krass Ja das war der Ja das war der Was wir vorher gemacht haben Muss ich denn allein da oder was? Jetzt haut er wieder ab Aber ich kann da Knochen sammeln Das ist gut Aber ist das auf Zeit jetzt oder wie? Na Gar nichts normaler Sporenstrauch Was tut denn? Der macht da alles sporenmäßig So Jetzt dann gehen wir halt Was ist da? Aaaaaaah Geil drauf Keine Gnade Der Nikolaus kennt keine Gnade Na Fußspun 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 Muss ich nach oben? Willi? Ja Ok So Hau geintes Schwert Wie komm ich da jetzt rum? Ah Leone Leone Hier drüben Mama Leone Da ist der Dicke Da drüben ist er Ich hab eine Dicke Patrone Fußspun Fußspun Immer schön mitnehmen Steigste Label glaube ich Jaaah Ich hab keine Ahnung Bist du für ein Fisch überhaupt Vital Danke Danke Jaaah Seinmal nett dass es wer auch kennt Jaaah Jaaah Der macht Der macht Aaaaaah Jaaah Jetzt geht der Zittern Aber was von ihm Schreit Begib dich zum neuen Lager Sagt er Irgendwas hab ich jetzt angeschaut Stufe erhöht Hier drüben Ok Jetzt hat er mich gefressen Er hat mich im Maul Er hat mich im Maul Das ist wie ich am Gemeinde weiter Ach du bist Ich bin um Macht gefangen Schon wieder Natürlich da da Ich bin schon wieder da Ich bin schon wieder da Jaaah Schau Da haben wir Fußspuren Nimm halt nicht den Rotkern Jaaah Ich war ja grad früher in deinem Lager drinnen Eigentlich Knochenhafen Was? Der wollte mich von hinten angehen Alter Na Von hinten Alles verbreche Alter er steht vor dir A visierten Hinterriner Ich weiß nicht Nimm doch ihn Was willst du denn mit den Hinterren? Fußspuren? Den nimm ich mit Da gibts die Nobelfiech anscheinend He? Jetzt läuft er wieder davon Alte Fußspuren Ja das ist ein Das ist ein Jahrgras Ne? Das ist ein großes Jahrgras Den wir vorher gehielt haben Der ist ja unterwegs Ja das sind Fußspuren Die du sie nicht noch erkennt Für die Fragezeichen Ja also alte Ja über irgendeine ganz komische Sof die da Das ist ein Angler Mhm Hallo Hallo Eigentlich nicht so richtig zum Angeln Ich glaube da werde ich ein bisschen ohne das Ohne dass sie auf nicht mehr spielen Ja Hier drüben Sonst wird das sehr Ja lange Ja Ich meine ist eh nicht schlecht Ja Halleluja Hallo Hallo